Moin Leute! Wir freuen uns verdammt doll auf unseren allerersten Festivalaufgaben. Beim Elbenwald Festival am 10. August. Kommt vorbei, man kann viele feine Sachen machen. Man kann Quidditch spielen, Bogenschießen klären, Zauberstäbe basteln. Wir sind gespannt. Ich wollte nur sagen, und zwar vom 9. bis zum 11. August sind Moritz und ich, also Magnus und Bartosz, auf dem Elbenwald Festival. Am 11. am Samstag sind wir da. Ja, Magnus, also Moritz ist da mit seiner Band am Freitagabend davor. Das ist eine Mischung aus Festival und halt Leuten aus Film und Fernsehen, die man bei Ort treffen kann. Man kann also Party machen, ein bisschen abgehen und gleichzeitig aber auch Leute treffen. Wir machen Fotos, wir chillen ab und wir beantworten Fragen, alles was man so braucht. Genau, kommt vorbei, alle Infos im Netz. Peace! Auf Wiedersehen!